Im Rahmen der Ferdinnovation Days haben wir heute schon den ersten Kracher für Sie, eine echte Weltneuheit, NITOCAT die Zukunft des Trends. Die weltweit erste Trennscheibe mit 100 m pro Sekunde Schnittgeschwindigkeit. Wir kombinieren für Sie die höhere Schnittgeschwindigkeit mit dem Einsatz von Hochleistungskeramikorn und einer speziell angepassten Bindung. Zusätzlich fügen wir zwei Flanschgewebe ein für extra Sicherheit. Wir haben eine 150 mm Trennscheibe. In Kombination mit dem relativ kleinen Winkelstaffel Getriebekopf erreichen wir so eine sehr hohe Eintaugtiefe. Insgesamt bringt dieses Paket eine wahre Leistungsexplosion. Gegenüber 125 x 1, dem heutigen Standard in der Werkstatt, erreichen wir vier mal mehr Schnitte, sind 50 % schneller und das Ganze genauso komfortabel. Eine echte Weltneuheit von Ferd.